Drei Jahre nach der Geburt ihrer ersten Tochter ist der zweite Nachwuchs von TV-Star Friederike Kempter da. Erst im vergangenen Jahr stieg die beliebte Schauspielerin nach 18 Jahren als Kommissarin Krusenstern neben Jan-Josef Liefers und Axel Prahl im Tatort in Münster freiwillig aus. Ihre Agentin bestätigte bereits gegenüber Bild, Friederike ist vor einigen Wochen zum zweiten Mal Mutter geworden. Alle sind gesund und munter. Im März 2021 kam schließlich die erfreuliche Nachricht, dass die 41-jährige Friederike gemeinsam mit ihrem Partner, dem Regisseur Jan-Ule Gerster, ihr zweites Kind erwartet. Nun ist es da. Ob es sich hierbei um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, dazu schweigt die ehemalige Tatort-Kommissarin offenbar noch. Zu den ersten Gratulanten zählt übrigens kein geringerer als ihr ehemaliger Kollege Axel Prahl. Gegenüber Bild ließ er verlauten, Alles erdenklich Gute und vor allem Gesundheit. Kommissar Thiel hat bereits früh seine Patenschaft angeboten. Aber vielleicht setzt Friederike noch auf Professor Börne, weil der mehr Geld hat. Tatort-Fans sind sicher schon jetzt gespannt auf neue Details rund um das Baby von Friederike Kempter.